Das ist Bella. Bella, das ist Mr. McCandles. Hallo, Bella. Sie ist ein Experiment. Guten Abend. Ihr Gehirn und ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte. Ich bin Bella Baxter. Und es gibt eine ganze Welt zu entdecken, zu erleben. Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln, zu wachsen. Eine Frau auf ihrem Weg in die Freiheit. Wie entzückend. Bella. 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 Untertitelung des ZDF, 2020